Eigentlich habe ich gedacht, was sollte mich, der sich damit beschäftigt hat, noch Neues dort ergeben. Aber das ist schon ein mittleres Erdbeben, was da in dieser Studie aufgeführt wird. Nach meinen Informationen, die ich habe, auch mit Beteiligten, die an der Studie gearbeitet haben, wird der Druck der Öffentlichkeit mittlerweile und auch der Medien so groß, dass ich keinen Zweifel habe, dass die Studie in wenigen Tagen komplett mit 800 Seiten ins Netz gestellt wird. Und dass auch die Namen drinstehen. Das, was da drinsteht, hätte Herrn Bach veranlassen müssen, sofort am nächsten Tag Alarm zu schlagen und zu sagen, also, wenn das nur ansatzweise stimmt, dann haben wir da ein Erdbeben. Und nicht sagen, ich war doch auch mal Sportler, ja, ich habe da noch nie was von gehört. Und bemüht sich, diese Studie unter allen Umständen unterm Tisch zu halten, nur damit er gewählt wird. Das ist dieses typische Politiker-Funktionärs-Verhalten, was uns alle zum Hals heraushängt. Mein allererster Länderkampf war Europameisterschaft Nelsinki. Und dann saß ich auf der Tribüne mit anderen Athleten, weil wir Jettkämpfer auch beobachteten, und irgendwann haben wir gesagt, wir können dieses Scheiß-Lied nicht mehr hören. Das war die Hymne der DDR. Und irgendwann haben wir gesagt, ach, nicht schon wieder dieses Lied, ja. Und dann hast du irgendeinen so einen Hals und sagst, ja, aber einige sind ja gar nicht besser, ja. Nur, so, und dann gehst du doch zu deinem Atem und sagst, das ist eigentlich zu blöd, warum haben wir nicht die Pillen, ja. So muss man sich das vorstellen, ja. Und deshalb, das hat sich doch bis heute nicht geändert, ja. Der Joseon Bull, der verarscht doch die Leute, ja. Die deutschen Sprinter, die laufen sich warm, die machen Gymnastik, Traller, der kommt in Badelatschen ins Stadion rein, der guckt ein bisschen blöd in der Gegend rum, da zieht er seine Speiches an, da läuft er im Vorlauf locker mal 9-8. Hä, da sag ich, ja, das ist doch, das ist doch Verarsche, ja. Ja, das ist, da, 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 unsere, die laufen mit bester Vorbereitung und dann sehen zwei. Ja, das ist doch, das ist doch, da, da. Ja, da, 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 da. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020